Allein reinschicken, das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los! Hm? Wo ist denn da drin? Grenzt auch, warte. Probier mal jetzt. Besser? Besser. Sie sollten sich lieber auf den Weg machen. Wo hat das Reloading getan? Hä? Nachladen. An der Seite, die Maustaste. Warte mal. Gib mir mal nochmal das andere, was da noch steht. Trinken. Auf dem Boden? In der Folie? Ja. Ach, da ist noch ein Bier. Hä? Ich will auch noch eins, aber ich muss ja spielen. Was ist noch da noch eins? Ja, aufhörbar. Bei Aldi übrigens, ne? Nö. 3 Euro mit Pfand insgesamt. Geht haltig. Moustaste 3 ist ja die an der Seite, ne? Hm? Moustaste 3 ist ja die an der Seite, ne? Moustaste 3 ist ja die an der Seite, ne? Ist ja für uns beide in Ordnung. Muss ausprobieren mit Maustaste 3, ob da das ist. Hm? Gibt es springen? Gibt es springen? Gibt es springen? Ja, gibt es. Okay. Ähm. Weil... Nahkampf muss ich nochmal irgendwo hin tun. Ähm. Das ist deine Steuerung nicht beeinträchtigt. Das ist der Anlauf. F ist bereits zugewiesen. Scheibe. Dann nehmen wir X auf X komm ich auch gut. Äh. Komm. Na komm. So. Maustaste 2 haben wir ja eben freigemacht. Okay. Nehmen wir die an. Guck mal hier Maustaste 2 hast du denn. Maustaste rein drücken. Maustaste rein drücken. Ja vielleicht flüssig läuft es aber nicht. Lass mal noch. Versuch mal. Schieß mal immer und lad noch. Ist doch klar. Ne mit der Maus. Ob das noch so ist. Ja dann müssen wir mal gucken. Aber als flüssig läuft es nicht. Hä? Als flüssig läuft es nicht. Ne hab ich mir auch schon aufgefallen. Okay. Der dritte Waffe haben wir ja noch nicht. Kann man überhaupt 3 Waffen tragen? Eine kannst du noch machen. Über eine Sicherung. Ich erzähl dir nichts übrigens wo was kommt. Ja das kennen wir ja schon. Also wenn ich noch so weit weiß wo was kommt. Äh. E? F? F? Boah ist er. Flüssig? Ist doch nur auf 11 Frames ne? Mhm. Aber die ganze Zeit. Echt? So kannst du spielen? Hm? So kannst du spielen? Ja. Hast du ja gesehen. Aspekt. Tomcat. Ich kann ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärung erledigen. Oh. Denk daran. Überall werden gucken und einsammeln. Schon verstanden. Ich wünschte ich hätte ja da bergen. Sind es die selten längstern? Die dort. Ich hab noch keine Details. Ach. Ja. Ich hab jetzt vergessen, wenn wir die Pizze aussehen. Deswegen alles abgucken. Wirklich jedes Regal angucken und alles mögliche. Auch wenn es länger dauert. Aber vielleicht finden wir noch ab und zu eine Spritze, die in fünf Leben her wird. Weißt du? Hm. Hm. Kann man ja nicht zu machen. Sie hat sich bewegt! Drauf hauen! Glypdose! Okay. Ich hab verschlagen. Ach, mit Mausrad kann man auch wechseln. Hm. Ey, wir haben ne dritte Waffe. Pam! Ähm. Äh, wo ist eigentlich heilen? Hm? Heilung. Wo ist denn die? Äh, Return. Kann man ja irgendwo anders hinlegen? Da komm ich überhaupt nicht dran. Äh. Muss jetzt kurz sein. Tut mir leid. Äh. Ich muss nach Medikit suchen. Medikit benutzen. Z. Kommst du da hin? Ja. Aber... Kann ich da... Reden zugewiesen. Ja, Reden ist ja nur Multiplayer, ne? Mhm. Brauchst du das? Nö. Gut. Tu das da hin. Weil auf T komm ich noch ganz gut. Das bin ich von WoW gewohnt. Auf... Return komm ich überhaupt nicht. Ist hier etwas? Wenn ja, wird es mir. Ist das zu... Schnell mit dem Maus? Nee, das... Passt doch. Mich nervt, dass es nicht flüssig läuft. Hä? Haha, hinter dir ist ein Farbheimal runtergefallen. Ein Farbheimal! Sturm! Also hier ist es trocken? Ne, ich dachte nur, ich will irgendeinem Kabel umgehen. Komm, wer macht das ähnliche Geräusche? Oh, man kann sich ja sogar so... So bewegen. Hm, die Runde, die wird geil. Mh, 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 mh. Einmal so fucking da, einmal so fucking da. Einmal so fucking da, ey. Ja, aber es gibt überall, äh, teilweise auch Spritzen und die so rumliegen, die auch versteckt liegen. Deswegen, ich würde überall gucken, weißt du? Weil, äh, die... Die liegen teilweise wirklich überall versteckt und so. Boah, guck mal hoch. Boah. Und es sind wirklich noch viele Spritzen, die du da aufsammeln kannst. Kannst du dich F-drücken zum Leiterbeschätten? Oh mein Gott. Also, wer es nicht mehr hat, ich höre uns nebenbei Musik. Was? Oh mein Gott. Diese Ecke ist dunkel. Pern! Äh, F. Ja, dann kann ich auch ran. Äh, damit ich jetzt nicht hier irgendwie erst die falsche Richtung gebe, muss ich langen. Äh, das ist egal, die Türen schließen sich nicht für immer. Ne, ich meine nur, weil, ähm... Ja, das Bild musst du gucken, also ich will nichts gerne verraten. Das ist ja ein Let's Play. Da ist mir das. F. Sie haben eine neue Nachricht. Mike, was zu Hause ist da drüben los? Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Neue. Klassisch. Klassisch. Ich werde dir erst zu den Schalter betätigen, dem mit Gegner kommen, ja? Hä? Du musst doch bestimmt erst zu den Schalter betätigen, dem mit Gegner kommen, oder? Äh, du, ich will dir eigentlich nichts gerne verraten. Ganz ehrlich. Weil teilweise ist es dann gruselig oder sonst was und... ...und... einfach ausprobieren, bitte. Du kannst nicht viel falsch machen. Ne, ich geh erstmal da rein. Äh... Ich kann nicht viel falsch machen, oder? Ne, du kannst echt nicht viel falsch machen. Ne, du kannst echt nicht viel falsch machen. Okay. Was passiert jetzt überhaupt? Das ist toll. So, und ich sag jetzt nur gleich ganz alles aufpassen und alles untersuchen. Das untersuchen geht ja schlecht, das hat keine Untersuchenfunktion. Nein, untersuchen meine ich überall hingucken, oder? Du meinst in die... Ey, ich denk immer schon, es ist dunkel, ich muss ja ne Fackeln hinsetzen, sonst spawnt hier was. Hahaha. Meinst du hier? Ne, hier geht's wahrscheinlich weiter. Guck dir jetzt letztes. Weil... ...es kann wirklich sein, vielleicht findest du ja auch ein Easter Egg, was ich nicht gefunden hab, weißt du? Weil, ich weiße die... Ich denk mal, jedes Spiel hat mindestens vielleicht ein Easter Egg oder sowas. Und ich... Es gibt... Ich denke mal, es gibt mehr Easter Eggs als überhaupt irgendwo im Kanzen. Ja, aber man findet es halt nicht so leicht, ne? Das kann ganz gut sein. Äh... Jetzt mal ganz ehrlich, ich sag mal was, bitte. Muss ich das mal runterrennen, weil ich was vergessen habe? Äh, wüsste ich eigentlich nicht ganz genau, ich denke mal nicht. Den Umweg, den wollte ich mir jetzt auch sparen. Guck mal, jetzt will ich nicht runterfallen. Äh... Ach, F. 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 ... Also ich konnte das echt anders als nicht flüssig ist. Sorry aber ne... Oh... ...cover. Es ist dunkel. Mal sehen... Cola Flasche... Ein Redenübertragung, um die Kante herruft. Das ist doch nischt. Oh, vielleicht hast du gedrückt rein. Oh, du kommst. Habe ich schon irgendwas übersehen eigentlich? Hä? Nö, bisher noch nicht. Zumindest fällt mir bisher auch nichts ein. Weil ich kenne auch nicht alles auswendig, 100%. Ich kann nur so ungefähr sagen, wenn ich was weiß, aber 100% weiß ich das nicht. Ich glaube, die Szene kenne ich. Nee, was ich vorhin meinte, beim Mirror's Edge ist es nur mitzunehmen. Hä? Ich schieße doch nicht so viel auf einmal. Bist du so? Beim Mirror's Edge ist es zum Beispiel so, dass wenn du irgendeine Tiere hast, die weisen dir den Weg. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. Hey, schnuppen. Hey, hey. Ah, haha. Hallo, einmal. Neh, nehm ich irgendwie Schaden oder so? Ne, ne? Wenn, wenn sie dich berührt, ja. Ja, ist klar. Dann nimmst du Schaum. Das ist aber auch ein Multimeter, also, dann bist du meistens tot. Ja. Äh, ich meine, weil, ich höre hier irgendwie den Herzschlaf, so. Es läuft ein bisschen. Weil ich nicht mehr berührt, ich sehe das auf einer Bar, das ist kein Schaden. Ich sehe das auf einer Half-Bar, das ist kein Schaden. Nehmen, umdass dich mal ein bisschen bar zu raus. Hm. Das ist auch lust. 120 Live-Show. Und da, 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 da. Da. War nicht ne Medikids. Komm nicht da ran. Geh auf, du scheiß Tür. Das ist... Hier, ne? Aufmachen, umfahndung. Äh, kann ich doch runterspringen, einfach? Na, mach doch. Probier aus. Da kommt wer. Hö? Hi Medikid, wie geht's dir? Achso, die Taschenlappe ist übrigens nicht immer an. Ja, hier geht aus. Aus wegen Strom. Mich kenne das so. Ich schaue die Typen vor mir her, hallo. Was? Sag mal, sehe ich aus wie ein Zug, oder so? Wieso bin ich denn eigentlich im Cover? So. Oh, ich geh mal lieber ins Cover, ist besser. Ich spiele wohl jetzt auf ganze Level in dieser gedruckten Haltung. So, da muss man sich dran. Boah, das war nicht. Das hakt er wie sonst was. Was? Das hakt er wie sonst was. Das hakt er nicht, aber das war eben zu schnell wegen der Maus. Das ist unspielbar. Alter, nee, warte, Maske, ja, war nicht. Das ist nicht... Ich treffe ja wirklich gar nichts, jetzt. Das ist nicht das Haken, ne? Hä? Was ist das denn? Das ist nicht das Haken, das ist die Mauskletzung. Herrkletzung? Ja. Äh, was heißt das? Ja, dass die... Dass das nicht so schnell ist, ne? Äh, das verstehe ich nicht. Ich spiele jetzt mal so. Jetzt hab ich... Joach. Alter. Sag mal hier. Ich weiß ja, dass da noch einer ist. Alter, das ist voll die Verzögerung hier. Ohne Scheiß. Mhm. Muss ich mal gucken, was das ist. Ich kann's mir aber auch schauen.